Jo Leute und herzlich willkommen zu Tag 18 des CSGO Adventskalenders 2017 und heute starten wir dann auch schon in die letzte Woche hinein. Ich meine, die Zeit vergeht eigentlich isenig schnell. Auch andererseits denke ich mir auch wieder, Gott sei Dank, weil lang halte ich das nicht mehr durch im täglichen Video. Und heute gehen natürlich auch wieder drei Preise raus an euch. Die heutigen drei Preise wären, wir fangen an mit dem Preis, also eine abgesiegte Schrubflinte, der Kraken. Danach gibt es eine Scout Big Iron und zu guter Letzter noch eine Glock 18 Water Elemental. Die Gewinne werden ja wie immer gezogen unter den Kommentaren vom Teilnehmervideo. Und falls ihr dann auch wieder ein neuer Link dazu schaltet, dann sage ich nur herzlichen Glückwunsch, dass du auch du zum CSGO Adventskalender 2017 von mir gefunden hast. Und falls du dann auch teilnehmen willst, am ersten Link in der Videobeschreibung, da hat dies das Teilnehmervideo verlinkt. In dem Video erkläre ich, wie ihr teilnehmen könnt bei dem Adventskalender und was es zu gewinnen gibt. Ich sage nur am 24. Dezember gibt es als Hauptpreis ein Gutknife Freehand Factory New zu gewinnen. Und auch für diejenigen, die ihre Gewinnchancen noch verdoppeln oder erhöhen wollen generell. Ebenfalls erster Link in der Videobeschreibung des Teilnehmervideo. Und dann würde ich dann auch gleich beginnen, die ersten Gewinner zu ziehen. Aber die Gewinner von gestern setzen ja wie immer heute aus und die von vorgestern sind ab heute wieder mit dabei. Der abgesiegte Schrubflinte geht heute raus an den. Willi ist schuld. 147 Kommentare, er hat kommentiert mit einem G. 147 ist eigentlich auch wieder wenig. Er war jetzt, weiß ich nicht, ob der überhaupt schon mal dabei war unter den Gewinnen. Aber Willi, ich sage mal Glückwunsch an dich. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass du jetzt hier gewinnst. Als nächstes kommt dann die Scout Big Iron. Die geht heute raus an den. Komm schon. Nexi S. Er hat 405 Kommentare an Tier, hat er kommentiert mit einem G. sogar. Ihr seid wirklich sehr, wie soll ich sagen, sehr innovativ. Mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Auf jeden Fall, Nexi S. Glückwunsch an dich, die Scout geht an dich. Und zu guter Letzt war ja dann die Glock 18 Worte Elemental. Und die geht heute raus an den. Syrkandal. Syrkandal, du warst gestern nicht nur unter den Gewinnern, sondern vorgestern. Somit bist du heute auch wieder mit dabei. Und somit gehört die Glock 18 dir. Jona ist voll gut in CSGO. Er hat 1500 Kommentaren und du bist, glaube ich, einer von den meistkommendierten. Beziehungsweise einen gibt es, glaube ich, noch. Der hat sogar mehr als du. Bin mir da jetzt nicht sicher. Aber ich sage einfach mal Glückwunsch an euch drei. Und den Gewinner werde ich dann unter deren Kommentaren vom Teilnehmervideo kontaktieren. Und sie verdient dann die Skins. Je nachdem, wie schnell ihr mir eure Tradewell-Offer zurück antwortet, werde ich euch die Skins dann entweder heute noch offern oder morgen in der Früh oder vielleicht dann morgen am Abend, bevor ich das morgige Video aufnehme. Wie gesagt, je nachdem, wie schnell ihr seid mit dem Antworten. Und dann war es das dann auch schon wieder für den heutigen Video. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Hilft mir auch sehr weiter und zeigt mir auch, dass ich noch halbzeit auf den Cisco Adventskalender. Weil es ist halt immer nice für mich, wenn ich da, sagen wir mal, ein bisschen Feedback bekomme. Das sage ich dann auch noch mal noch. Ciao und bis morgen. Euer Alex. Euer Alex.